Hallo. Wir machen eine kleine Wanderung. Das wird eine übelste Strecke. Ihr seid dabei. Ich zeige euch mal wo es hingeht. Da oben hier auf die Burg. Soll ein Hotel sein oder sowas. Müssen wir mal gucken was das ist. Soll ein Hotel sein oder sowas. Leider kommt man da nicht zu diesem Burgturm. Burg oder so. Was weiß ich. Das ist ein Hotel. Ja, deswegen laufen wir jetzt hier den schönen Weg wieder zurück. Und dann satteln wir praktisch unseren Wagen und fahren zum Campingpark Albatross und hoffen, dass die uns zwei Stunden früher reinlassen. Weil wir doch zwei Stunden vor der Zeit sind. Check-in ist 12 Uhr. Wir haben jetzt... Was haben wir jetzt? 10 Uhr 15. Ist schon sehr früh. Aber wenn nicht, müssen wir halt da noch zwei Stunden warten. Oder eine Stunde. Wir fahren nämlich jetzt nicht lange. Wir bis zum Campingpark Albatross. Aber was soll's. Herrsher, bis zum Campingpark Albatross. Damitt ihr letzte wallpaper hinterher. Ja, Damit muss man ivory undinander. Schon ort AC nicht. Dannoken Sie beim Campingpark Alatiometritte aus dem Also an den Teil eines Untertitelung. BR 2018